Etwas von A nach B zu transportieren, klingt im Grunde nach einer simplen Aufgabe. Schließlich war es nie leichter, Waren einmal um die ganze Welt zu schicken. Egal was, egal wann, egal wohin. Unsere Kunden würden dem wahrscheinlich zustimmen. Eine Meinung, die uns zeigt, dass wir unser Handwerk ganz offensichtlich beherrschen. Dass sich unsere jahrzehntelange Erfahrung auszahlt. Denn bereits seit 1981 stellen wir sicher, dass ihr Transportvorhaben zuverlässig umgesetzt wird. Wir haben 25.000 Quadratmeter Lagerflächen und Umschlagflächen. Generell bieten wir alles an. Dänemark, Sweden, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien und Portugal, Italien, UK ist eine Abteilung. Und alles das, was nicht in diesen genannten Verkehren ist, darum kümmert sich die allgemeine Abteilung. Das wäre zum Beispiel Import, Export aus Fernost, Seefracht, Luftfracht, alles was rein und raus und auch nationale Verkehre. Also wenn ein Kunde jetzt fragt, könnt ihr auch was nach Moskau bringen, bringen wir es nach Moskau, das ist kein Thema. Was man aber nie vergessen darf. Wie bei jedem Unternehmen sind es die Mitarbeiter, die uns zu dem machen, was wir sind. Wir leben davon, dass die Leute, die da sitzen, wo sie sitzen, auch genau wissen, was sie tun. Und eben sich auch persönlich einbringen. Mein Beruf ist nicht jeden Tag das Gleiche. Ich bin nicht irgendwie in einer Fabrik oder an einer Maschine, wo ich jeden Tag die gleichen Bewegungen mache. Bei mir kommt jeder Tag anders. Ich liebe es auch mit Leuten kommunizieren und zu handeln. Das liegt mir im Blut. Unser Erfolgsgeheimnis? Das gibt es nicht. Alles kann sich ändern. Jederzeit. Wir haben jedoch mittlerweile nahezu alles schon gesehen und sind entsprechend vorbereitet. Was wir anders machen als andere Speditionen ist, dass wir viel genauer auf die Kunden eingehen können, auf die Kundenwünsche, dass wir flexibel sind, schnell handeln können und nicht alles nur noch Schema F abläuft. In dem Moment, in dem Sie uns Ihre Ware überlassen, haben Sie eine Sorge weniger.